Manchmal kommt das Leben in die Quere. Ist das dein Ernst? Das ist nach dem Studium aus dir geworden? Gott, Gott. Also, ich weiß. Deswegen hast du keine Videos mehr gemacht? Deswegen hast du eine Pause gemacht? Ich habe keine Pause gemacht, ja. Genau, ich habe überhaupt keine Pause gemacht. Und ich kann mir jetzt ganz genau vorstellen, wie du vor deinem Endgerät sitzt und denkst, wer ist das denn? Okay, stopp, 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 stopp. Natürlich gehe ich davon aus, dass du noch weißt, dass du mich abonniert hast. Oder? Nochmal von vorne. Ich kann mir jetzt ganz genau vorstellen, wie du vor deinem Endgerät sitzt und dir vorstellst, wie es ist, eine Person wiederzusehen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Okay, die Überleitung war jetzt auch nicht besser. Oh mein Gott. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ey, das müssen schon super viele Jahre her sein, ne? Wie ist es dir ergangen? Super. Einfach super. Also, ich habe mittlerweile geheiratet. Ich habe den Hermann geheiratet. Wir sind jetzt auch ganz glücklich verheiratet. Und wir haben jetzt auch unser erstes Kind, Kevin. Und da läuft schon mittlerweile und das ist einfach ganz, ganz fantastisch. Super. Hat sich super entwickelt, ne? Und die Arbeit, ne? Die Arbeit. Also, ich kann da, ich würde da am liebsten von vorne anfangen, ne? Also, das, das ist so eine Sache für sich. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ne? Bla, 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 bla. Und bei dir so? Hermann, Hermann gleich, ja? Pass mal auf Kevin auf. Ich sag dir jetzt Kinder, du. Kinder. Und dann fällt dir ein, dass diese Person meistens annoying as fuck war. Also, extrem nervig. Und dass deswegen der Kontakt eingeschlafen ist. Du willst doch jetzt nicht allen Ernstes deinen letzten zwei oder drei Zuschauern indirekt mitteilen, dass entweder du oder sie annoying as fuck waren. In meinen Notizen steht, dass du deine Zuschauer darauf hinweist, dass es nach einer gewissen Zeit schwierig ist, geilen Content zu liefern, weil sich ein gewisser Druck aufbaut. Das kann gar nicht sein. Mein Content war noch nie richtig geil. Die weiß nicht, wovon sie spricht. Mach einfach weiter, Schätzchen, ja? Mir ist das sowieso egal. Ich mach mich hier nicht zum Affen. Ja, aber irgendwo stimmt das ja schon. Nach einer gewissen Zeit der Abwesenheit fragt man sich schon, wird das, was ich jetzt mache, gleich bleiben? Oder wird es ähnlich sein? Wird es schlechter? Oder war das davor schlechter und jetzt wird es besser? Oder war das davor besser und jetzt wird es schlechter? Brauche ich was krasses, um wieder zurück zu sein? Oder reicht das, was ich vorhabe? Egal, denn ich mach jetzt einfach. Denn ich habe es wirklich vermisst, meinen eigenen Shit zu machen. Und ich mach jetzt einfach, ne? Ja, mal gucken, wie lange es diesmal durchhält, Videos zu machen. Oh, shut the fuck up. Du hast was vergessen. Ach ja, absolut realitätsnah. Oder etwa nicht.